Am Ende Licht von Simon Stevens, Deutsch von Barbara Christ. Am 6. Februar betritt Christine nachmittags einen Supermarkt. Neun Monate war sie trocken. Nun will sie eine Flasche Wodka kaufen. Bei dem Versuch, die Flasche aus dem Getränkeregal zu holen, stirbt sie plötzlich, binnen weniger Minuten an einer Gehirnblutung. Im Moment ihres Todes lässt Christine ihr Leben Revue passieren. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in der nordenglischen Provinz. Ihre Mutter verließ die Familie, als sie zwölf Jahre alt war. Um das Gefühl zu vertreiben, nicht dazuzugehören, begann sie schon als Jugendliche mit dem Trinken. Sie bekam drei Kinder, Jess, Stephen und Ash. Mit 19 Jahren heiratete sie Bernard, den sie nicht liebte. Als ihre Kinder größer wurden, fing sie erneut an zu trinken. Die Alkoholsucht blieb ein ständiger Begleiter. Während Christine stirbt, trifft sich ihr Ehemann Bernard mit seiner geliebten Michaela und deren Freundin Emma zum Sex in einem Hotel. Ihre älteste Tochter Jess, eine Grundschullehrerin, wacht nach einer durchzechten Nacht neben einem Fremden auf und beginnt sich in ihn zu verlieben. Zeitgleich streitet sich Christines zweite Tochter Ash mit ihrem Ex-Partner Joe um die Unterhaltszahlung für ihren gemeinsamen Sohn. Vor kurzem hat Ash einen Selbstmordversuch unternommen. Jetzt kämpft sie für ihr Kind. Und Stephen, Christines Sohn, der sich aus Angst vor seinem Vater nicht traut, sein Jurastudium hinzuschmeißen, verbringt diesen Tag mit seinem Freund Andy. Die Beziehung der beiden wird auf eine harte Probe gestellt. Im Augenblick ihres Todes wird Christine sie alle besuchen. Zu Beginn des Stückes richtet sie den Blick nach innen und außen zugleich. In dem Moment, in dem ich sterbe, werde ich wissen wollen, wo meine Kinder sind. Sie sind über den ganzen Norden verteilt. Ich werde wissen wollen, ob es Stephen in seinem zweiten Semester besser geht. Ich werde zu Jess fahren wollen, um mit ihr zu reden. Und ich muss Ash sehen. Ich werde hin müssen und mit ihr reden und sie überzeugen, dass sie mit ihrem Vater über die Fotos spricht, die ich gefunden habe. Und in exakt dem Moment, in dem ich sterbe, werde ich meinen Enkel Layton im Arm halten wollen. Am Ende Licht ist in drei Akte gegliedert. Christines Sterbemonolog, die zeitgleichen Szenen mit Jazz, Ash, Stephen und Burnett, in denen Christine jeweils in verschiedenen Rollen Abschied von ihrer Familie nimmt und schließlich das Familientreffen anlässlich der Beerdigung. Inhaltlich und formal erinnert das Stück an ein Requiem für die gerade gestorbene Mutter. Doch es ist auch eine Reise durch den Norden Englands. Das Stück beginnt in Stockport, in der Nähe von Manchester, wo Simon Stevens 1971 geboren wurde und spielt in jener strukturschwachen Region, die auch Englands Rust Belt genannt wird. Die Tristesse und Lebensfeindlichkeit dieser untergegangenen Industrielandschaft hat die Menschen, die hier leben, nachhaltig geprägt. So sind es immer wiederkehrende Erzählungen vom Ausbrechen und vom Verlassenwerden, von gescheiterten Fluchtversuchen, von Selbstzerstörung, die sich generationsübergreifend in die Familiengeschichte eingeschrieben haben und sich fast zwangsläufig wie ein Muster wiederholen. Simon Stevens' Stück, das 2019 am Royal Exchange Theatre in Manchester Premiere feierte, ist eine Auseinandersetzung des Autors mit seiner Heimat und seiner Familiengeschichte. Über die Entstehung des Textes schrieb er anlässlich der Erstaufführung Ich wollte fünf Orte im Norden Englands besuchen, an denen ich noch nie zuvor gewesen war, die mich aber auf bestimmte Weise persönlich geprägt haben. Meine Großeltern haben sich bei den Winter Gardens von Blackpool Tower kennengelernt. Meine Mutter wuchs bei meiner Großmutter in Alverston in Cumbria auf. Mein Vater hat die meiste Zeit seines Lebens als Verkäufer in Warrington gearbeitet. Später arbeitete er in Doncaster und wurde dort durch zu viel Alkoholkonsum sehr krank. Mein Onkel war der Erste der Familie, der an die Universität ging. Er studierte Jura in Durham. Ich fuhr gemeinsam mit der Regisseurin Sarah Frankem zu all diesen Orten. An jedem davon trafen wir Menschen, deren Leben in irgendeiner Form die Leben meines Lebens vor meiner Geburt widerspiegelten. Wir trafen ein frisch verheiratetes Paar in Blackpool. Ich traf einige alleinerziehende Mütter in Alverston. Ich traf einen Geschäftsmann in einem Hotel in einem Gewerbegebiet in Warrington. Wir besuchten eine außergewöhnliche Wohngemeinschaft in Doncaster, eine Siedlung, in der kein Alkohol erlaubt ist, die auf die Arbeit mit alkoholkranken Menschen spezialisiert ist. Wir besuchten die Universität von Durham und trafen uns mit Jurastudenten. Inspiriert von diesen Gesprächen entstand ein Stück, in dessen Zentrum die Frage nach Vertrauen, nach Familie und Zusammenhalt steht. Die Angst davor, verlassen zu werden und allein zu sein, diese dunkle Kehrseite jenes Weggehens, nachdem sich so viele von Simon Stevens' Figuren sehnen, zieht sich als Trauma durch die Lebensgeschichten in Am Ende Licht. Unsentimental erzählt Simon Stevens von Menschen, die sich immer wieder mit ungebrochenem Lebenswillen, der Enttäuschung und dem Scheitern widersetzen. Von Eltern, die sich fremd geworden sind, aber nicht voneinander loskommen. Von Kindern, die auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden in existenzielle Krisen geraten und gegen das einsame Chaos in ihrem Inneren kämpfen. In Gesprächen mit dem Ensemble in Stuttgart erzählte Simon Stevens von seiner wachsenden Faszination für Kindness, für Freundlichkeit und den Erhalt von Menschlichkeit in einer Welt, der diese Menschlichkeit abhandengekommen ist. Er sagt, er habe auf seiner Reise erlebt, wie Kindness das Leben aller Menschen bestimmt, die er für Am Ende Licht besucht habe. Und wie viel Mut dazu gehört, sein Leben so zu bestreiten. In seiner Inszenierung konzentriert sich Regisseur Elmar Gordon ganz auf das Schauspiel und die Aufarbeitung von wiederkehrenden Mustern innerhalb der Familie. In Am Ende Licht werden die zehn SchauspielerInnen ins Zentrum gerückt. Gemeinsam erzählen sie die Geschichte von Christines Familie im Moment ihres Todes, in nahtlos ineinander fließenden Szenen, die zwischen den verschiedenen Schauplätzen hin- und herspringen. Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse, die Verbundenheit der Kinder und Eltern wird im Bühnenbild von Ulf Stengel und Sylvia Merlot deutlich. Die Weite der offenen Bühne wird vollends genutzt. Ein unwirklich silberner Supermarkt, irgendwo zwischen der Welt der Lebenden und der Toten, sowie große silberne Kugeln, die in immer neuen Konstellationen zwischen den SchauspielerInnen zum Liegen kommen, sind die einzigen räumlichen Zeichen. Die Kostüme von Lydia Kirchleitner lassen die Figuren wie mitten aus dem Leben gegriffen erscheinen. Sie verorten die Handlung im großen Bühnenraum, im Spannungsfeld zwischen Abstraktion und Wirklichkeit. Ebenso wie das Stück, das zwar in Nordengland spielt, das jedoch anhand dieses Beispiels übergeordnete Fragen nach Vertrauen und Menschsein aufwirft, geht es auch dem Regie-Team und dem Ensemble um die großen Zusammenhänge, die mit Stevens Text erzählt werden. Auf diese Weise reißt am Ende Licht irgendwo zwischen Stockport und Stuttgart familiäre Abgründe auf, lässt tiefe Sehnsucht nach einem anderen Leben zu, aber spendet zugleich auch Hoffnung auf ein Miteinander und eine Zukunft mit mehr Kindness. Kostüme von Scientists